so hallo wir machen weiter bei fortnite ich würde in diesem part gerne die sprungbretter nochmal untersuchen das muss doch also es gibt vier orte wo die sind sein können es muss doch möglich sein hier was zu finden was wie ein sprungbrett ist keine ahnung das kann doch nicht so schwierig sein das wäre die eine sache und dann würde ich natürlich gerne gute vibes weitermachen weil dann haben wir die wöchentlichen aufträge durch wo die täglichen haben wir gerade eben schon da liegt also ja aber diese sprungbretter mache ich also weiß ich nicht kann das nicht sein also das ist so okay da ist diesmal da unten dafür ja da kommen wir nicht hin brauchen wir nicht passt das mit den sprungbrettern das wurmt mich so dermaßen das könnt ihr euch nicht vorstellen oh scheiße oh nee es sind überall andere dudes das habe ich mir nicht so vorgestellt wir starten mal bei dem haus ne wir starten nicht bei dem haus wir starten mal hier komm scheiß drauf wenn wir gleich tot sind ist es so jetzt kein guter kein optimaler startpunkt muss ich gestehen das war das schon nicht schlecht okay hier unten waren auch noch waffen ne ich bin nicht zufrieden nicht zufrieden ich habe das gefühl ich kriege gleich richtig auf die mütze aber hier drüben waren dieses hier drüben war dieses sprungbrett eingezeichnet na so jetzt vielleicht haben wir alles ist die gleiche waffe na ja scheiße weg damit oh sehr gut sehr gut sehr gut mehr davon nom 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 okay so äh der high na der ist schon creepy also irgendwo hier müssen sprungbretter sein irgendwo hier wir werden doch jetzt wohl so ein scheiß sprungbrett finden es kann doch nicht sein warte oh mein gott ich hab oh mein gott die kiste steht ich hasse alles ich hasse alles das ist doch safe ein sprungbrett eins zwei drei ich komme jetzt so dämlich oh mein gott hätten wir das nicht einfach im letzten part haben können dann hätten wir jetzt diese peinlichkeit uns einfach erspart aber nein scheinbar hätten wir das nicht scheiße ich habe mich bemerkbar gemacht von wo da drüben ne von hier von wo denn von da so treffe ich den denn nicht jetzt legt er sich mit dem high an kann ich damit näher ranzoomen naja ich bin so unfähig jetzt habe ich ihn okay so oh ne jetzt fährt einer mit dem boot was ist das denn für ein lilanes boot gut das sieht wahrscheinlich einfach anders aus aber wir haben keine gescheite fernkampfwaffe aktuell oh ne da ist auch einer wo bin ich denn hier gelandet wieder oh mein gott ist das eine blaue kiste oh mein gott ist eine blaue kiste oh mein gott das ist der game changer gib mir gib mir gib mir das zeug oh mein gott ja ne das sind fisches fische wir gehen mal da rüber also ich werde von hier aus halt jetzt eher nicht es schaffen uh die hätte ich aber auch gern okay aber von der mal nicht so viele schüsse ich das sind alles okay auf jedem sprungbrett stehen die scheiß kisten drauf ja komm ist in ordnung ich fühl mich ja schon dumm ist ja okay spiel ist ja okay du hast es geschafft ich fühl mich komplett dämlich ja es ist aber also es ist halt es ist halt echt ne ach ist das dumm uh okay ähm ja komm gib mir die wieder her oh oder wir nehmen sie nochmal scheiße checkt er mich ach ja komm mach mal anders und hier treffe ich wenigstens und hier treffe ich wenigstens der ist aber abgehauen ne das ist jetzt blöd mit dem Hai schnell raus da so wo ist der Dude der muss doch böse geschwächt sein wo ist der bin ich dumm ich finde ich ich finde ich tue mir immer so schwer herauszufinden von wo aus ich beschossen werde na das ist so kacke wo ist der alter der schuss kommt von da irgendwo Junge nein von da nein von da ach komm das ist mir zu weit weg das ist mir zu weit weg das bringt nichts oh oh ich bin gar nicht mal so weit weg scheinbar von dem Dude ich werde witzig wenn es genau der Typ ist ich bin gar nicht mal so weit weg scheinbar von dem Dude Ah, jetzt geht er gerade vom Dach. Mist. Ich hab noch gesehen, wie er auf dem Dach war. Ich bin tatsächlich nah an ihm. Das könnte der Fall sein, ne? Scheiße. Okay, der ist gut. F. Da ist jemand hergekommen. Ich hab den gehört. Nee, Wolfi, mit dir hab ich jetzt gerade gar keine Zeit. Oh. 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 Jetzt auch einer erwischt. Wo ist denn der Dude jetzt hin? Ich weiß schon, ich mach das jetzt ziemlich ungünstig. Hm, ja, ja, ja. Okay, da. Nee, ich mach das hier richtig. Ich mach das hier richtig kacke. Ganz schlechte Idee, was ich hier fabriziere. Ganz schlechte Idee, was ich hier fabriziere. Ja, ja, schon recht. Ist schon, ist schon gut, Großer, ist schon gut. So. Kommt der her. Das wär sehr ungünstig von dir. Das war sehr ungünstig von mir. Scheiße, das war... Oh, ich hätte nicht angreifen sollen. Ah, das war dumm. Schade. Ich hätte nicht angreifen sollen, aber ist okay. Ist okay. Wir haben das Sprungbrett. Wir haben das Sprungbrett. Was will ich denn mehr? So, wir sehen uns gleich wieder. So. Dann bleibt uns jetzt eigentlich tatsächlich nur noch gute Vibes-Aufträge zu machen, was ja eigentlich das Ziel sein sollte. Finde ich gut. Und wir fliegen da auch ziemlich passend hin. Sehr schön. Denn der ist ja da drüben, der gute Vibes-Auftrag. Der ist ja genau da. Insofern raus mit uns. Einmal da drüben die Dings scannen. Ich glaub, die große Wurzel oder was das ist, soll man scannen. Und dann geht das ab. So. Oh, da ist einer. Nicht gut. Wo will der landen? Nicht hier. Dann landen wir hier. Sehr gut. Dann können wir hier aber auf dem Berg einmal starten. Sehr schön. So. Gleich ein Schilddrank. Lecker, lecker. Oh, ich hab ihn abgebrochen. Scheiße. Oder? Ne, hab ich nicht. Passt schon. Ich hab ihn getrunken. Passt schon. Gut. Und ich muss... Wo ist denn mein... Wo ist denn mein Blau hin? Hä, wo ist denn meine Markier... Habe ich meine Markierung zerstört? Hier, irgendwie habe ich meine Markierung zerstört. Ich weiß nicht wie. So. Da muss ich rüber. Scanne die Realitätsranke. Genau. Genau. Da drüben muss ich hin. Okay. Ist da unten ein Spieler oder ist das ein Bot? Ne, der läuft wie so ein Bot, ne? Ja, er ist ein Bot. Dann kann ich mir da noch kurz ein paar Waffen holen. Along. Oh, hier ist sonst nichts weiter. Okay. Aber es irritiert immer böse, wenn da einfach... Wenn man die Schritte von dem Bot hört. Also von der KI. Oder NPC oder wie auch immer man das jetzt nennt. So, ist es eigentlich die gleiche Waffe? Ah ja. Weg. Schade, haben wir nur zwei Waffen. Oh, oh. Da wird geschossen in der Richtung. Ich habe noch nicht sonderlich viel. Hm. Es fühlt sich nicht gut an, in die Richtung zu laufen. Oh Gott. Aber die hat nix. Mein Gott, bin ich schlecht. Danke. Ja, ja, gut. Alter, ich habe so viel Munition gerade verballert, die komplett unnötig war zum Verballern. Ach, herrje. Aber ich will doch nur da drüben die Ranke scannen. Ich will doch eigentlich jetzt gar nicht hier. Komme ich da jetzt unbeschadet hin? Oh, hier ist ein Piratenschiff. Das habe ich noch nie gesehen. Huch. Crazy. Oh, geil. Du kommst genau richtig, weil dich kann ich trinken, während ich reite. Das ist so gut. Da ist es. Da müssen wir hin. Optimal. Und dann kommt wahrscheinlich die nächste hier. Oder, ähm... Genau. Zack. Okay. Um zu glauben, wie normal mein Stresspegel im Moment ist. Okay. Scheiße. Hier will ich rein. Gut, dann looten wir hier mal eine Runde. Ganz sonderlich viel haben wir noch nicht. Ah, das muss da oben irgendwo sein. Okay. Ja, aber hier ist jetzt... Hier sind jetzt verschiedene... Also das Piratenschiff habe ich ja noch nie gesehen. Das muss auch mit neu hier aufgetaucht sein, als die... die Gegend sich hier verändert hat. Okay, das sieht auch schon waffentechnisch jetzt schon ein bisschen besser aus. Und vor allem auch munitionstechnisch. Ah, da muss ich da hoch, wa? Na, hüpf halt hoch, Kollege. Dein Ernst? Geht doch. Okay, so. Das sieht doch waffentechnisch schon besser aus. Ähm... Oh, da könnten wir jetzt sogar von jemandem... das Dings zupfen. So, aber was muss ich jetzt tun? Geräteverbindung. Oh! Sogar... Ich bin direkt da, wo eine Geräteverbindung. Das ist sehr, sehr praktisch. Dann gehen wir da doch auch einfach... Ach, komm, da gehen wir doch einfach direkt hin. Dann gehen wir da doch einfach gleich hin. Zack! Es ist Zeit, wie so ein Gartenfanatiker in der Erde rumzufüllen. Du nervst mich jetzt mal, nett, Kollege. So. Also, mit genug Pflege wachsen diese Dinge also. Ich muss unbedingt mit jemandem reden, der Pflanzen versteht. Und wir sollten dich auch gleich pflücken. Passt. Haben wir gleich gemacht. Geht schon zur nächsten Geräteverbindung weiter. So schnell kann es gehen. Da ist noch irgendwas, was ich mitnehmen will. Nee. Passt. Ich würde gerne wieder auf dich drauf. Hallo? Können wir? Danke. So. Wo ist die nächste Geräteverbindung? Okay. Könnte man sogar gleich schaffen. Ich peile mal die hier an. Die ist am nächsten. Die ist sogar richtungsweisend. Also, passt so vom Dings her. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, ohne dass uns jemand aufhält. Oh, ja. Nice. Die sieht man jetzt, wenn es dunkle ist, natürlich noch besser. Okay. Für dich vielleicht spontan noch eine. Vielleicht in dem Schiff. Nein, ich wollte nicht absteigen. Wieso steigt der denn jetzt wieder ab? Okay. Finden wir noch mehr so Masken. Wo sind die denn? Ich lasse mich immer ablenken, ich weiß, aber... Oh, war da oben eine zufällig? Nee, das war eine Lampe. Schade. Oh, das ist auch wichtig. Ähm... Ersetzen wir mal das da, so. Oh! Da ist noch was viel besseres. Die DMR. So. Aber ich finde keine weitere Maske im Moment. Schade. Nee, ich finde gerade keine weitere Maske. Schiech! Der dringt hier wieder aber ganz woanders vor. Yo. Chill mal. Ey, diese Haie, ne? Uh, auch nice. Sie sind schon so ein bisschen... Bisschen crazy drauf. So, wir gehen wieder. Ich wollte ja eigentlich mich gar nicht aufhalten. Eigentlich wollte ich einfach direkt weiter. Nur dann habe ich die Maske gesehen und dann dachte ich so, hey... Wo eine Maske ist, können andere nicht weit sein, aber... Leider doch. Ah, er will... Er kann nicht mehr. Ja, okay, dann... Dann bleibst du halt hier. Ist in Ordnung, Kollege. Ruhe dich aus. Wir können ja mal aus Spaß wieder so eine... So ein Dings hier annehmen. Okay. Ähm... Gut, das Blaue passt sogar noch. Also die Blaue Richtung ist sogar nach wie vor nicht... Nicht mal so schlecht. Komm, dann gehen wir jetzt mal weiter. Waffentechnisch bin ich halt schon deutlich zufriedener. Muss ich gestehen. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Wo scheiße, ich höre da einen auf einem Tier. Da drüben. Der merkt mich aber zum Glück nicht. Dann sorgen wir dafür, dass es so bleibt. Will nur eine Verbindung herstellen, Leute. Will eigentlich nicht... Was tue ich? Was war... Okay, dann rennen wir halt scheiß drauf. Okay, die Verbindung kriegen wir auf jeden Fall. Egal, was jetzt noch passiert. In die Verbindung kann ich ja mindestens reinrutschen einfach. Okay, da ist die Verbindung nicht. Äh... Wo ist die Verbindung? Ah, hier. Ah, hier. Sehr schön. Ich will wen dazuholen, der diesem ganzen Realitätsbaum Nullpunkt-Kram... Erhalte eine Bushranger-Saat bei einer mysteriösen Blute. ...pflanzt ein Typ mit Grammatikproblemen, der jede Einverständniserklärung unterschreibt? Nee. Er hat mir erlaubt, einen Teil von ihm, vielleicht ein Fingernagel, zum Realitätsbaum zu bringen, um zu sehen, was passiert. Say what? Ja, und was soll ich dann da tun? Ich gebe jetzt mal nicht auf den Kekskollege. So, ähm... Was soll ich da tun? Okay, da muss ich da rüber. Gut, da komme ich jetzt nicht hin. Ist egal. Ach, da ist mein Bäumchen. Ah, okay. Alles gut. Da wäre der Typ, den ich... Den ich jagen soll. Sollen wir das mal probieren? Weiß es nicht. Hat ein Sakura-Symbol. Das reicht mir eigentlich als Begründung. Oh, wir müssen eh in die Richtung. Okay. Dann passt's ja. Oh! Okay, wir machen gleich mal eine Runde... Kugel. Weil wir müssen es noch einmal machen. Dann haben wir... Stimmt, dann haben wir alle wöchentlichen Aufträge, ne? Fehlt nur noch die Kugel. Sehe ich spontan noch eine Kugel? Lassen wir da Leute Munition liegen, was ich nicht verstehen kann. Aber ist okay. Scheiße. Ja, es war dumm. Ich konnte mich... Ich war leicht manövrierunfähig mit dem Tier. Es war blöd. Egal, wir haben, was wir wollten. Wir haben, was wir wollten. Und zwar mehr als das. Ach, warte mal. Das ist abgehackt. Das war die letzte Maske. Ich hab davor schon dort Masken gefunden. Ups. Okay. Deswegen gab's keine mehr. Upsi. Upsi. Okay. Okay, 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 okay. Gut. Eine Runde machen wir noch, dann hören wir mit dem Pad auf. So. Hier müssen... Wo müssen wir hin? Karte. Da hin. Okay. Dann steige ich hier schon mal aus. Dann sollten wir da ganz gut Möglichkeiten haben, vorher ein bisschen was zu sammeln. Und dann passt die Geschichte. Ah ja, und ein Stein muss ich lösen. Den Stein würde ich schon gerne noch jetzt in der Folge finden. Da nehmen wir gleich. Wir nehmen einfach gleich den. Scheiß drauf. Wir nehmen einfach den. Ich hoffe nur, jetzt landen hier nicht gleich drei Millionen andere Leute. Hier ist leider keine Waffe gewesen. Aber egal, dann haben wir die Mission. Ah, hier ist eine Kiste, ne? Genau, da. Nein! Ähm. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ach komm, ernsthaft. Ah! Gewusst wie. Sag ich dann nur. Okay, so. Jetzt haben wir allerdings nicht die beste Ausgangslage von hier aus. Aber der Stein war es wert. Alle Missionen, die weg sind, sind gut. So. Ist da drüben einer gelandet, ist die Frage. Geht aber ruhig aus. Dann könnte ich sogar wieder die Ecke hier drüben looten. Das hat ja eigentlich bisher ganz gut funktioniert. Halt, hier geht's los. Da waren wir jetzt, glaube ich, in jedem Part waren wir mal hier an diesem Steg, ne? Irgendwie schon. Auch lustig. Oh, nice. Sehr schön. So, angeln brauchen wir jetzt nicht. Okay, das kann man auch mal mitnehmen. Oh, optimal, optimal. Nehmen wir den auch gleich noch und dann können wir die zwei Schuss-Schrotflinte mitnehmen. Sehr gut. Anstatt der Angel, bitte. Danke. Ach, ich hab die schon. Das ist die... Ja, okay, die kann raus. Weil die Angel brauch ich auch nicht. Die stresst mich nur. Gut, dann fahren wir mal kurz darüber, wo dieses Ding ist, was ich machen soll. Was ist das denn jetzt hier? Okay, was soll ich hier tun? Einfach E drücken. Okay, cool. Ach, würdest du unseren tapferen Freiwilligen zum unheimlichen Nullpunkt-Energie-ausstrahlenden Baum bringen? Ah, jetzt muss ich wieder da rüber. Natürlich. Okay. Das wird jetzt in der Mission vielleicht ein bisschen schwierig. Dann machen wir das wann anders. Okay, dann endet hier die Story. für diesen Part. Sehr gut. Eine DMR ist immer schön. Uh, das Saufpack ist auch schön. Ist das ein Gegner? Ne, ist das ein Fisch, ne? Okay. Da kommt eh nur eine Angel und eine Harpune raus. Okay. Ja, ich meine, wir können auch kurz mal angeln, wenn wir schon hier sind. Ist das eigentlich, bringt das überhaupt was zu angeln, wenn wir nichts, als wenn da nichts ist? Als erster Spiele im Match ein Gegenstand mit der Angel gefangen. Ach, lol, okay. Okay, aber man fängt halt nicht die Fische. Wir müssen wahrscheinlich da rein, wenn wir mal Fische fangen, wir müssen wahrscheinlich da rein gehen. Und dann Glück haben oder so. I don't know. Ich fang grad alles, aber keine Fische. Ich fang grad alles, aber keine Fische. Ich fang grad alles, aber ich fang grad alles, aber ich fang grad alles. Okay. Okay. Ach so. Das wäre okay. Ja, gut. Das ist eine Waffe oder Harpun. Ah, Kampfer-Schieb-Pistole. Du kannst herkommen. Du kannst herkommen. Hallo. So. Dann kann nämlich die raus. Okay Ähm Ach, die wäre hier auch schon mal gewesen Ja, ist egal Ich wollte gerade sagen, es ist mir gerade Irgendwie war es gerade zu ruhig Scheiße, wo war der? Oh Mist Oh Mist, den habe ich überhaupt nicht Ich habe überhaupt nicht jetzt Ja, scheiße, ich war gerade viel zu Bin ja schon froh, dass der mich jetzt nicht einfach Beim Angeln erschossen hat Scheibenhonig, wo kam der her? Scheiße, ernst Mist Ach, verdammter Mist Einfach auf dem Dach gelandet Oh, wie ist das, hat der denn am Rücken? Okay, irgendein Saat vor Gut, aber ist in Ordnung Wir haben, wir haben was wir wollten Passt Passt für mich Passt für mich Wir haben richtig viel mitgenommen Ist in Ordnung Reicht, 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 reicht Na, schaut euch das mal an Level 45 Wir haben fast die Hälfte erreicht Also, wow, es läuft Es läuft einfach vorwärts Es läuft einfach alles vorwärts Ich fände es nur jetzt cool Wenn man bei diesem Schnipskram Wenn man da auch einstellen könnte Dass das zufällig zusammengesetzt wird Weil ich glaube, das kann ich eben nicht Ich glaube, der würde dann nur den halt nehmen Den, der halt ausgewählt ist Und ich glaube nicht, dass die zufällig zusammengesetzt werden Sieht aktuell nicht danach aus Dass es so ein Zufallsfeld gibt Was schade ist Aber lässt sich halt nicht ändern Na gut So, aber es geht, es geht alles voran Es geht alles voran Sehr, sehr schön Ähm Das wird dann bald passieren Irgendwann Auch wenn gerade Time Da steht Ist okay So Ähm, wo gab es denn diese Ne, das meine ich nicht Oh, aber stimmt Wir könnten auch mal ein bisschen In den Wettkampf reingehen Gibt es da auch für Null Bauen Wettkampf eigentlich Ja, Null Bauen Äh, Trio nicht, ne Okay, keine Ahnung Null Bauen Quick Lightning Cup Ach, guck mal, da gibt es was Aber das ist schon vorbei 10. bis 12. und 17. Juni Das ist ja schon durch Okay, egal Ähm, genau Weil hier kann ich ja Zufall auswählen Aber bei den Schnips selber kann ich kein Zufall auswählen Was ein bisschen ärgerlich ist Aber ist okay Item Shop Ne Was ist denn der Item Shop Ach, das ist das Zeug Ja, nee, nee Freunde Nee, nee Das ist Wenn, dann sollte man Sachen erspielen können Aber nicht Also nicht Ich weiß nicht Warum, warum Nee Garantiert gebe ich da nichts aus Aber wo konnte ich denn jetzt Ach, das war hier, ne Sammlungen Genau da war das Fehlen nicht mehr viele Leute Wir haben wieder ein paar Leute Haben wir noch zusätzlich gefunden Stimmt, das haben wir auch gemacht Und Fischis sind wir auch am sammeln Da ist jetzt die Qualle neu dazugekommen Die Schlürfqualle Sofort Konditionen und Schilde zu geben Überall zu finden Achso, dann gibt es wahrscheinlich auch noch Ah, dann gibt es auch noch Sachen Die man nur in verschiedenen Gebieten Oha, also ob ich die Fische irgendwann mal vollständig habe Weiß ich nicht, Leute Das würde ich nicht Würde ich mich nicht drauf verlassen Da würde ich mich nicht drauf verlassen So Ach, die Heist Haven Okay Ja, aber wie gesagt Mit dem Mit der Lore von Dings Kenne ich mich halt absolut nicht aus Gut Aber es läuft weiterhin Also das Leveln läuft optimal Dafür, dass wir schon so weit sind Ich denke, das wird dann auch bis 100 weiter durchlaufen Passt Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und sage Tschüss Bis zum nächsten Mal Dass ich mich wichtig Bis zum nächsten Mal stell